Musik 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 Ich bin auf da. Wo ist Dimitri? Trifon! Wo ist Putin? Ja. Woa, mein Problem. Ja, schön. Ungvera, Kino. Oh ja, toll. Tööööö. Nächste Rechnung. Gerade noch den einen Ball da erwischt. Der war so zwischen auf mich und am Micha, oder? Der Pass, Stefan. Ach der war super. Eigentlich. Perenz Warosch, erstmals seit 12 Jahren Wiedermeister. Die Mutter bei euch. Perenz Warosch. Und Pest. Esbesteck. Emezi unjadi. Antall festeck. Langos. Ach. Ah, dann komm ich hier ran. Oh, unser. Ich komm nicht mit dir ran. 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 Ansonsten. Am Hoti. Gar kein Y-Pass. Ne? Ne. Ah, sah so aus. Und beim Tor auch nicht? RB war das. Beim Tor war es auch kein Y-Pass? Ne. habt ihr den weggedrängt habe ich die staaten sind da oben aber das ist der gegner ja wir waren ja gerade weiß das muss christ erst mal umstellen was ist jetzt da er hat ihm auch nicht gepasst irgendwo berührt im vorigen spiel waren wir glaube ich auch schon rot oder warte der liegt ja gar nicht schlecht oder ach der verschießt der schießt er auch auf den schiegel und er spielt auf den hintermach ich weiß nicht ich werde da nicht stehen ach komm lass doch weiter Was ist da los hat der liegt aber gut geh hinteren Markus jetzt schon der Iwanoff da ist er. Schau dem aber nicht ähnlich. Schau dem ein bisschen in Stefan ähnlich, der Iwanoff. Oder in, in... Keine Diskriminierung. In alten Micha. Da war ich noch weiß. Boah, der junge Micha, als er noch weiß war, vorm Solarium. Ich merke halt Spaß, da kann ich schnell loben. Ach, was ist das für Gott, Christian? Ja, ich habe aber scheisse. Kommt Iwanoff bloß, dass ich über den Abzug gehe. Uiuiui. Nein, ich habe leider aufziehen müssen und deswegen hat es mir die Zeit kostet. Ja. 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 Ja, ich habe auch mit der LT gedrückt eigentlich. Schönen 4 LP Und? oder komm ich probieren wir es wieder über klar klar klein klein knick knack genau hier die folgt wieder aufzug bürger eigentlich hat er der schick spült Du musst dein Mikro mal einstellen, dass er länger reagiert bei dir ist. Er wirkt immer abgehackt, Markus. Das habe ich zuerst umgestellt. So. Umgestellt. Besser. Ja. Der geht over. So und jetzt meistern wir das. Und es geht schon. Komm mal. Wie der unsittlich berührt. Wenn du sein Trikot haben willst, sag ihm. Ich habe mit R, B gedrückt. Jetzt wäre es Y gewesen. Oh je Scheiße. Okay. Das wäre Y gewesen, Micha. Ja, aber ich dachte, der BMW kommt. Oh, ich bin stark. Mann, ey. Dreck. Sorry. speed. groß. clik. okay. Auf die Seite raus kannst du immer Y nehmen. 11 a. Peter! Jawoll, wie ist unser Elfer. Dann kannst du dich mal nicht machen, ob ich dir rauskomme. Micha? Micha? Denn den sicheren schützen. Ja, boi. Michas Fehler wieder gut gemacht. Pssst! Pssst! Gehhehhehhehhehhehhehhehhehheh Was? Hä? Der Michi ist ja brutal. Na, der Greisi ist ja brutal. Wie nicht? Das ist nicht mehr. Boah, das ist voll nach Handschwer. Was hab ich gemacht? Ja, angefasst. Bääm! Schöner Vers. Bääm! Komm her hier. Komm her. Wir gehen rein. Ja, komm her. Wir gehen rein. Kurz dachte ich schon, Micha, jetzt rette dich nur mein Elfer, als der Ball so versprungen ist. Was? Das hat man heute schon, gell? Ja, oder? Wird durchzugehen. Schau, Hans. Nehmehmeh. und jetzt der Ösere. Das war's für heute. Ja, ah, 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 ah. Kraft, unten. Unten ist die Party. Okay. Sorry, sorry. Das ist das Zimmer. Ich weiß nicht warum. Ich hab nur einmal gedruckt. Du willst ja Party nicht bei ihm wollen. Schön war's. Boah, noch besser. Immer vom Fuß her. Boah. Hier springt man ja nicht. Ja, jetzt gehören wir eigentlich. Ist ja hoch, aber... Da hat kein Grund. Uhuhu. Wer kann damit rechnen, dass er ihn durchlässt, he? Ja. Mein Ball hat auch nicht damit hin. Mein Spiel hat auch nicht damit er rechnen. Für immer war die Dings weg. Der Zock zum Ball. Der Liede hingefallen. Ach komm. Der Liede hingefallen. Der ist der Liede hingefallen. Und endlich einmal auf zum Schluss hin die dominierende Liedsteuerung. Jetzt hast du gesagt. Jetzt kann ich ja nichts mehr. Sehr gut. Was tut er denn immer? Ich hab' den Krieg schon. Boah. Boah. Der hat mich von hinten niedergehützt. Habe gesagt. Ich komme hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Du hast gefurrt. Schon wieder? Nein. Aber. Die kennen wir nicht aus. Töke. Na klar. Ach, lecker. Ja. 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 Ah ja, jetzt aber, Tor. Der Hans hat andere Sachen vor. Hans will ich... Hey, nicht lachen, ok? Wieso, du darfst nicht lachen. Das ist diskriminierend. Ärger mich schwarz. Wo, wo, wo. Spült das einfach. Dead. Gut. Oh, wir gehen. Oh, noch feiern. Der Bidl. Bidl. Muss ja niemand wissen, dass es Liga 5 ist. Das kann man verspalten. Ach, jetzt hat er es gesagt. Video verkackt. Naja, muss ja keiner wissen. Ja, du kannst ja ausblenden, genau. Gut. �erdale. Alles klar. Es ist bescheid. Ganz klipp. immon. Max Schaar Dollch. Muss ja niemand nar два harmon ahn.